Her und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Hedafels, Servus erst mal, heute gibt es ein neues Game, und zwar Barren of Blood, da zocken wir mal in der Demo, also ein kleines Angespiel wieder mal, falls die Musik laus ist und so, ich kann sie nicht ändern, das sind hier die Einstellungen, es gibt sie sogar nicht drüber, aber so Musik kann ich jetzt nicht einstellen, aber wurscht, egal, wir gehen in mal ein Spiel rein, neues Game. Vor langer Zeit lebte in einem alten Königreich ein mächtiger Baron, der seinem König ein gräuernd Diener war, er besaß riesige Vorkommen von Idirium, ein wertvolles Erd, das für mächtige Magier vermittelt wurde, aber alles war nicht so friedlich, wie es scheint, denn ein dunkler Magier wollte dem Baron das Irrium entreißen. Der Magier korrupierte den König mittels Magie und beschuldigte den Baron des Hochverrates, der Baron versuchte den König zur Vernunft zu bringen, aber der Zauber der dunklen Magie war zu stark. Der Baron wurde in die Ebene der Toten verbannt, wo er seinen letzten Tag verbringen sollte, aber der Baron war noch nicht bereit zu sterben, er nahm seine Axt auf und schwörte sich, auf die Suche zu machen, um seinen Namen reinzuwaschen und sich beim dunklen Magier zu rächen. Der Baron, 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 der Baron Angriff! Einfach durchmetzeln. Hey Kollege! Hä, hallo? Schlagzeug! Ach so! Ich muss mir das aufteilen, oder wie? Sagt mir das doch wer! So! Angriff! Ich muss 3 um! Weitser, da durch! Was ist für ein alien! Tötötötötötötötötötötötpr licensed AIB! Von giltEN Stände benutzen? Nein! Level-Stubs lassen ... Streuenbegleiter! Was war das? Ein zweites Spiel hab ich nicht! Level-Bandit! Hier! also nun mal tot weiter geht es ach so ist ein gegner wie benutze ich items gegner gegenstelle benutzen so an die enttärende Da hab ich verstehen, was ist eigentlich? Komm, rüber da! Das war gerade knapp, war ich nicht mehr gut. Da muss ich nicht in der Runde gehen. Oh, das bin ich komplett tot gewesen. So, jetzt gehen wir mal andersrum. Jetzt gehen wir mal oben rum. So, Angriff. Wo bin ich? Was bist denn du? Oh, ein Checkpoint. Ein Checkpoint ist cool. So, komm ich auch durch. Da kann ich eine Knochengeld... Ich vermute mal, dass ich mit dem irgendwann was kaufen kann später. So, hoch da. Durch da, hoch. So, weiter lang. Und? So, weiter lang. Wo geht's denn da? Ich finde den Sound auch so richtig geil. Das ist so richtig schön, alter Stil. Ähm. Nein! Ich wollte hoch! Komm, komm. Rennen da in das Level. Wie bist denn du? Bob, was? Bob, der Händler. Ah! Okay, alle. Ich bewege Objekte. Hm. Warum? Ich glaube das ist ein Bier. Das ist ein Bier. Bier ist gut. Inventar ist. Ich spich, 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 spich. Hm. Aber. Bob, der Händler. Irgendwie kommt mir sehr bekannt vor. Dieser, oh. Dieser Name. Bob, der Händler. Ah. Hi. Ei. Hey, beta- Antisch. Ich habe das saddle mit dem, was ich in der Erraten bin. Ah. wieso ich den geben und freund die 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 aufnahme muss da sein da kommt doch gleich irgendein mist ja ich hab früher kein leben mehr ich bin mir nicht so gut ich bin mir nicht sicher ob das die richtige was wirklich die richtige idee war weiß ich jetzt nicht oder ob ich es mal unnötig schwere gemacht habe nein oh nein Oh Ich habe einen Schaden, ein Koffer Cool Oh jetzt glaube ich war schon wieder verlust da bin doch gestorben gewesen ja ich glaube gestorben ab in den kampf das ist ja deine pflanze die mögen nicht die pflanzen so angriff so an ich bin wahrscheinlich auch eine hauptwurst ich hoffe ich sterbe nicht da kenne ich eine richtig gute aussage beim alten kollegen, wo ich das auch auf youtube mache früher, aber das war jetzt nicht so als wirklich professionell, der wollte einfach ab und spaß clips, es gibt ein clip von dem so wo er 5 minutes as freddy spielt und dann sagt so ich hoffe ich sterbe nicht das war relativ lustig, der clip ist halt relativ so, was heißt so mit 13 oder so, sagt dann so ich hoffe ich sterbe nicht mit einer unlieblichen stimme eigentlich das ist ja das ding, warum es so lustig war hallo kommt de hoch tüt 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 tütü warum kommt das jetzt nicht mehr hoch habe ich jetzt scheiße gebaut? Ach dann nix zu scheiße kommt auch mal noch was ich glaube ich habe das spiel kaputt gemacht mich nicht mal ich würde sagen dass das immer hochkommt würde ich mich bei euch bedanken für die gesehen habt und wünschen auch einen schönen abend tag mit servus was auch immer sagen wir uns beim nächsten video wieder bis dann